Willkommen bei der zweiten Sendung von DGEBV online auf dem Endoskopikamp. Wir zeigen Ihnen die Eröffnung und Alexander Meining mit den DGEBV News. Herzlich willkommen meine Damen und Herren, auch im Namen meiner Mitmoderatorin Andrea Ripphaus möchten wir Sie ganz herzlich begrüßen zur zweiten Sendung von DGEBV online. Das Thema heute ist Koloskopie 2025, also wie wird es weitergehen mit den verschiedenen Aspekten. Allein dem derzeitigen Präsidenten der DGEBV und er wird anfangen mit einem kurzen Update. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Lieber Andrea, lieber Thomas, freut mich sehr, dass ihr zweite das macht und ich freue mich auch schon auf das Programm insgesamt. Ich darf ganz kurz berichten, es ist ja DGEBV online, was wir letztendlich planen und wie es weitergeht und wir stehen sehr gut in den Planungen. Wir werden eine Hybridveranstaltung durchführen, beginnend am 8. April und am 10. April wird die Veranstaltung beendet sein. Es gab eine Umfrage unter unseren Mitgliedern, über die ich kurz berichten möchte, weil wir die auch diese Umfrage zum Anlass nehmen wollten, auch etwas sozusagen zu ändern. Wir werden am Donnerstag am Nachmittag anfangen und am Freitag auch erst am späten Vormittag, sodass wir das Programm ein bisschen in den Abend verlegen. Das war auch Wunsch vieler Mitglieder, auch um vielleicht ein bisschen auch diesen Stream-Charakter besser auch mehr oder weniger genießen zu können, also dass man abends die Sitzungen anschauen darf. Das Zweite ist auch, dass wir natürlich das Programm erheblich reduziert mussten, weil wir nur aus zwei Räumen einen Stream machen können, also so sechs Räumen letztendlich auf zwei reduzieren müssten und dadurch sehr komprimiert alles darstellen müssen. Dennoch denke ich, ist es uns gelungen, mit den Sekretären, glaube ich, ein ganz attraktives Programm zusammenzustellen. Sie werden das demnächst auch online sehen auf der Webpage dgebv.de. Sie werden auch als Mitglieder das über den Endoscopy Campus sehen, das Programm, in allen Details. Eine Sache nur noch vorweg, ganz wichtig, bevor ich auch mit meinem Bericht sozusagen wieder zu Ende bin. Wir werden auch während des Kongresses einen Ehrenpräsidenten, einen neuen Ehrenpräsidenten feiern, den wir eigentlich schon sehr, sehr gerne dieses Jahr hätten ehren wollen. Aus bekannten Gründen hat es nicht stattgefunden, aber Horst Neuhaus, der ja auch heute präsent ist, soll von uns die Ehrenpräsidentenpräsidentschaft übertragen bekommen. Ich glaube, es gibt kaum einen, der es mehr verdient hat als er und allein das, glaube ich, ist schon ein Grund, nach Würzburg zu kommen, Anfang April und wer es nicht schafft zu kommen oder wenn, sage ich mal, diverse Pandemie-Regulatorien wieder eine Rechnung und einen Strich durch die Rechnung machen, der wird es dann auf jeden Fall online im Stream sehen können. So viel von meiner Seite als kurzes Update über die DGEBV. Hat es Ihnen gefallen, dann sind Sie auch bei unserer nächsten, der dritten Sendung mit dabei am 27. Januar 2021.